Ja, du hast mir jetzt wirklich die Worte in den Mund genommen und ich wollte genau darauf hinaus, dass du als Jugendführungskraft einfach oft halt verstrickt bist in dem Schaffe, Schaffe. Also du möchtest einfach die Dinge halt erledigen, logisch, du möchtest dich beweisen, du möchtest zeigen, dass du die richtige Wahl warst für diesen Job und du arbeitest einfach mal und du arbeitest rein und du arbeitest hart und viel. Und vielleicht erwartest du das genauso dann von deinem Team und das setzt ein schönes Beispiel und alle sind emsig am Werken und das ist sicher eine gute Voraussetzung. Das möchte man ja gar nicht schlecht reden und das ist super, dass man das tut, aber gleichzeitig musst du dir natürlich, wie du eben sagst, du musst mal nach oben und außen blicken, also wir zitieren hier Jocko Willink, und um zu erkennen, was machen wir da eigentlich, um zu erkennen im Sinne der Eisenhauer Matrix, die wir auch schon mehrfach erwähnt haben, machen wir da eigentlich ständig dringende Dinge und drehen uns die ganze Zeit im Kreis und arbeiten uns die Finger wund oder was auch immer wund, indem wir diese Arbeiten erledigen oder kümmern wir uns auch darum, um quasi Prozesse, die irgendwie darauf schauen, dass wir als Team funktionieren, dass wir wirklich die richtigen Dinge machen und dass wir aber auch wichtige Dinge machen, die zum Beispiel unseren Prozess so weit verbessern könnten, dass wir in der Lage sind überhaupt, diese Workload so weit zu reduzieren oder uns Hilfsmittel und Werkzeuge zu bauen oder aufzubauen, um unserer Arbeit zu helfen, um unsere Arbeit zu unterstützen, sodass wir einfach dann zu den wichtigen Dingen eben kommen und nicht einfach sinnlose Sachen machen. Ich bringe ein Beispiel aus Controlling-Abteilungen. Ein Klassiker ist dort, du sitzt Tage oder Wochen lang an Reports und baust einfach nur vier Seiten lang irgendwelche Reports auf, die man sich dann anschauen kann, anstatt, dass diese Gestaltung oder diese Daten sozusagen, dass die halt alle da drinnen sind, dass das automatisiert wird, auch im Sinne der Digitalisierung, wie du schon gesagt hast, und dass du dann Zeit hast, dich qualitativ, analytisch mit diesem Ergebnis der Daten zu beschäftigen und darüber nachzudenken, was heißt denn das eigentlich? Warum sind diese Daten so? Warum sind die Abweichungen so? Und nicht, ich bin jetzt einmal einen Monat gesessen und hier schaue, es sind vier Prozent Abweichungen und ja, ich weiß leider auch nicht warum oder weshalb. Und das ermöglicht dir dann, deine ganze Arbeit und den Erfolg deiner ganz, deiner Arbeit und deiner Abteilung einfach zu potenzieren, weil du natürlich dann auf einmal auf Dinge draufkommst, die du vorher nie draufgekommen wärst, wenn du dich einfach immer nur im Kreis drehst, um sozusagen diese selben, aber in Wahrheit, nennen wir es mal schlechten, Ergebnisse abzuliefern, weil du vielleicht zwar das erfüllst, was von dir gefordert ist, aber du gar keine Zeit hattest herauszufinden, warum gibt es diese Anforderungen, warum, was ist der Wunsch dahinter? Und erfüllst du diesen Wunsch, der da dahinter steht eigentlich auch, oder erfüllst du nur genau das, was gefordert worden ist und würde es nicht vielleicht viel bessere Möglichkeiten geben, wie man dort entweder einfacher hinkommt oder den Wunsch dahinter noch viel besser erfüllen könnte?